Hallo liebe Freunde, heute schon mal vorgekocht, aber trotzdem kein Feed. Aus dem TM6 wieder mal eine wunderbare, herrlich sämige, farbige Tomatensuppe. Da freue ich mich schon riesig drauf, noch mal etwas nachgewürzt. Ja, das ist das Gute bei dem TM6, dass er wirklich alles auch kann und leicht und schnell ist. Um es nicht langweilig zu gestalten, hier mal das fertige Produkt, da sitzt ja unsere Franzi. Franzi, willst du aus dem Ofen noch zu der Suppe irgendetwas sagen? Nein, du hast ja eine Tomatensuppe gewünscht und ich habe sie dir gezaubert. Ja, und diese herrliche Färbung, woher kommt die? Von den Tomaten, von den frischen Tomaten. Von den frischen Tomaten, ja. Das ist natürlich das, der TM6 kann natürlich nur das verarbeiten, was er bekommt und das ist immer in öster Qualität. Deswegen danke TM6, danke liebe Franzi, danke lieber Chrissi, danke liebe Denise. Also dann wünschen wir uns mal alle einen wunderschönen guten Appetit. Guten Appetit! Kids!